Wohlstand für alle. Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute sprechen wir über Rheingold von Elfriede Jelinek. Ein Text, der ein Bühnen-Essay sein soll. Vielleicht sagen wir der Einfachheit halber erst einmal, dass es sich um ein Theaterstück handelt, wie dieses genau aussieht und was dieses Theaterstück eigentlich mit einem Theaterstück noch in klassischer Weise zu tun hat oder nicht. Das klären wir im Laufe dieser Folge. Wir sprechen jedenfalls über einen Text, der sich, der Titel legt es nahe, auf Richard Wagners Oper Rheingold bezieht, beziehungsweise den Titel des Vorabends aufgreift zu seinem Ringzyklus. Wenn gleich der Titel hier Rheingold ohne Haar ist bei Jelinek, also das reine Gold wird angesprochen. Bei Wagner geht es um das Gold tief unten im Rhein, das die Rheintöchter eigentlich bewachen sollen. Ja, du hast schon gesagt, das ist der Vorabend, denn dieser Ringzyklus von Wagner, das sind vier Opern. Die erste Oper ist aber so lächerlich kurz, die geht nur so zweieinhalb Stunden, dass Wagner gesagt hat, das zählt gar nicht als richtiger Tag. Ja, das andere sind quasi die Festspieltage, also Walküre, Siegfried und Götterdämmerung. Und das Rheingold ist so ein bisschen wie der Vorabend letztlich. Das ist das Rheingold, das ist der kürzeste Teil. Und das ist sicherlich der Teil, auf den sich dieses Jelinek-Stück am meisten bezieht. Von daher lohnt es sich zusammenzufassen, was im Rheingold und auch noch ein bisschen was in der Walküre passiert. Auch wenn wir jetzt nicht den ganzen Ring zusammenfassen können, das kann man unmöglich innerhalb von weniger als sagen wir mal einer Stunde machen. Ich versuche es mal in wenigen Minuten einen Überblick zu geben, einfach nur über das, was für uns jetzt relevant ist, da wir diesen Jelinek-Text vor uns haben. Das Rheingold beginnt mit einem Diebstahl. Da haben wir diesen hässlichen Nibelungen namens Alberich und dann nähert sich den Rheintöchtern, über die du schon gesprochen hast, Wolfgang. Die bewachen das Rheingold und er wirbt dort um sie. Er will ihre Liebe, er will sich ihnen annähern und sie lassen ihn ein ums andere Mal abblitzen. Sie verspotten ihn und als sein Interesse sich dann von den umgarnten Damen aufs Rheingold verschiebt, dann erklären sie ihm, dass er daraus einen Ring schmieden könnte, der ihm alle nur denkbare Macht verleiht. Dafür müsse er jedoch der Liebe abschwören. Das halten sie aufgrund seines Gebarens als Lustmolch für relativ unwahrscheinlich. Er jedoch hat anderes im Sinn. Er erkennt in diesem Moment, dass er mit seinem Aussehen nie eine Frau finden wird, die ihn liebt und schwört daher der Liebe ab, klaut das Rheingold, um dann mithilfe des Rings sich zumindest Lust erwerben zu können, wenn auch keine Liebe. In der nächsten Szene befinden wir uns dann in der Götterwelt. Hier wird nicht geklaut, dafür aber betrogen. Wotan, der Göttervater, hat sich von den Riesen Farsold und Fafner, also auch großartige Namen hier, Farsold und Fafner, eine Burg bauen lassen. Als Lohn hatte ihn seine Schwägerin Freier versprochen, was ein ziemlich dämliches Versprechen ist, denn es ist sie allein, die diese Götter jung zu halten weiß. Goldene Äpfel wachsen in ihrem Garten, sie alleine weiß diese Äpfel zu pflegen, heißt es da. Und mit diesen Äpfeln erlangen die Götter ewige Jugend. Und jetzt versucht Wotan die Riesen, um ihren ausgemachten Lohn zu betrügen, zu sagen, ja, war doch alles nicht so ernst gemeint. Und da gibt es eine Menge hin und her, das ist an dieser Stelle für uns nicht wichtig, wir können das alles dann überspringen. Uns interessiert nur das Ergebnis des Rheingolds. Wotan beraubt Alberich des mittlerweile geschmiedeten Rings, einer Tarnkappe und des gesamten Nibelungenschatzes und gibt diesen Schatz den Riesen, damit sie ihn und seine Schwägerin Freier endlich in Ruhe lassen. Nun hat er seine Burg erworben und gleichzeitig ein großes Unheil in Gang gesetzt, denn seine eigenen Gesetze werden nun immer unsicherer, denn er ist ja selbst nicht mehr so recht willens oder in der Lage, seine Verträge, die er gemacht hat, einzuhalten. Und damit wankt auch sein Versuch, nicht durch Gewalt, sondern durch Verträge eine Weltordnung zu schaffen. Wer das nun schon verworren fand, der wird spätestens in der Walküre ganz und gar durcheinander kommen. Das Gute ist, dass wir die Handlung der Walküre hier nicht mehr groß erzählen müssen. Wir können direkt ans Ende springen. Wir müssen uns nicht groß darum scheren, wie Wotan mal seine Macht zu erhalten versucht und dann doch wieder zurücksteckt. Wotan sieht sich jedenfalls am Ende von seiner Lieblingstochter, der Walküre Brünnhilde, betrogen, weil sie seinen Auftrag nicht ausgeführt hat, den er ihr da auch vorher aufgegeben hat. Und als Strafe zieht er einen Feuerkreis um sie, den nur ein kühner Held, und das Wotan Siegfried sein im dritten Teil, durchschreiten kann. Und sie verfällt derweil in tiefen Schlaf. Und das ist in dieser Szene, dass dieser Bühnen-Essay von Jelinek einsetzt. Sie nimmt diesen letzten Dialog zwischen Wotan und seiner untreuen Lieblingstochter und nimmt diesen als Ausgangspunkt für ein ganz eigenes Werk. Und die beiden halten eigentlich auch keinen richtigen Dialog. Es ist eher eine Ansammlung oder Aneinanderreihung sehr, sehr langer Monologe, die die beiden führen und in denen sie assoziativ durch die Nebelungensage, durch die deutsche Geschichte, durch aktuelle Polizskandale, durch die Finanzkrise und auch durch die NSU-Verbrechen und deren Entdeckung beziehungsweise auch durch deren Verschleierung schweifen. Friedi Jelinek ist ähnlich wie Wagner eine Künstlerin, die zu überfordern weiß und die das zu einem Stilprinzip erhoben hat. Denn auch hier haben wir es mit einem sehr langen Werk zu tun. Das sind 220 gedruckte Seiten, aber man kann sich vorstellen, auf der Bühne wäre das, würde man den ganzen Text aufführen, ein sehr, sehr langer Abend. Das ist aber... Ich glaube, die Urführung dauert so fünf, sechs Stunden. Ja, das ist durchaus üblich bei Jelinek, aber ebenfalls üblich ist auch, dass Jelinek-Stücke radikal gekürzt werden, dass man 50, 60 Prozent einfach rausstreicht. Und immer mal wieder in früheren Stücken lautete auch die Regieanweisung, dass es keine gibt, machen Sie damit, was Sie wollen. Also die Regisseure haben freie Hand, mit den Texten zu machen, was sie wollen. Und Friedi Jelinek hält nichts von irgendeiner Werktreue und dergleichen. Die österreichische Autorin ist 1946 geboren und sie gilt seit jeher als eine Nestbeschmutzerin Österreichs. Einmal angesprochen auf ihrer Hassliebe zu Österreich sagte sie, ja, da sei keine Liebe, da ist nur Hass. Und Friedi Jelinek hat das Hassen nicht nur kultiviert, sondern sie hat es zu einer Kunstform erhoben. Sie hasst sehr viel, sie hasst leidenschaftlich und mit einer Sprachgewalt, wie man sie tatsächlich sonst vielleicht noch bei ihrem österreichischen Kollegen Thomas Bernhard finden kann. Sie ist eine ungewöhnliche Autorin und noch ungewöhnlicher war nur, dass sie 2004 tatsächlich den Literatur-Nobelpreis erhalten hat. Damit hatten die wenigsten gerechnet. In ihrer Nobelpreis-Rede sagte sie, man achtet meiner nicht, man achtet mich vielleicht schon, aber meiner achtet man nicht. Und wir merken hier schon, wie sie mit Sprache arbeitet, wie sie die Sprache immer wieder neu befragt. Am Ende ihrer Rede heißt es dann noch, was aber bleibt, stiften nicht die Dichter. Also sie widerspricht Hölderlin. Was bleibt ist fort. Der Höhenflug wurde gestrichen, es ist nichts und niemand eingetroffen. Und wenn doch wieder jede Vernunft etwas, das gar nicht angekommen ist. Doch ein wenig bleiben möchte, dann ist dafür das, was bleibt, das Flüchtigste, die Sprache verschwunden. Sie hatte auf ein neues Stellenangebot geantwortet. Was bleiben soll, ist immer fort. Es ist jedenfalls nicht da. Was bleibt einem also übrig? Es ist ein wunderbarer Text, auch diese Rede. Aber mit Theatertexten und dann mit Romanen. Vielleicht der bekannteste Text von ihm, von dem schon manche gehört haben, manche haben vielleicht die Verfilmung gesehen, manche auch den Roman schon gelesen, ist selbstverständlich die Klavierspielerin aus dem Jahr 1983. Sie, Alfred Jelinek gab damals an, musste ihre Mutter literarisch ermorden, damit sie es nicht in der Wirklichkeit tut. Es ist ein Künstlerroman, ein unglaublich toller Psychothriller, wenn man so möchte, über dieses Mutter-Tochter-Verhältnis, sehr viel über Österreich, über das Leben als Schriftstellerin. Es ist ein bis heute wirklich unerreicht guter Text von Alfred Jelinek, ebenso auch wie ihr Buch Die Kinder der Toten, wohl das Opus Magnum von Alfred Jelinek, wo sie sich mit der österreichischen Nazi-Vergangenheit auseinandersetzen. Ein Thema, das immer wieder aufkommt, wie die Nazis und die Altnazis, beziehungsweise Neonazis, wie Untote durch die Gegenwart geistern. Sie verbindet das mit aktuellen Diskursen, so ja auch in diesem Werk hier. Im Theater wurde sie etwas früher schon bekannt, 1977 mit dem Stück Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften. Eine Überschreibung, wenn man so möchte, von Henrik Ibsens berühmten Stück Nora, ein Puppenheim. Und das ist auch ein Formprinzip von Alfred Jelinek, dass sie immer etwas Vorhandenes nimmt und es neu bearbeitet, so ja auch dieses Stück hier, Rheingold. Sie greift auf Wagner zurück und auf viele andere Texte, denn Intertextualität ist ein formgebendes Prinzip für Alfred Jelinek. Ganz kurz empfehlen möchte ich noch das Sportstück, ein Sportstück, in dem sich Alfred Jelinek radikal lustig macht und es zugleich analysiert. Also das große Sportphänomen unserer Tage, alle im Fitness waren alle in den Fußballstadien und sonst wo. Sie ist eine Autorin, die all das mit einer beißenden Ironie analysieren kann und die zugleich eine Sprache wählt, die ganz einfach ist und dann auch wieder ganz komplex dadurch wird, dass sie einen überfordert, dass sie Assoziationsketten, Wortkaskaden bildet, aus denen man sich gar nicht mehr richtig lösen kann und wo auch die Suche nach Sinn irgendwann schwierig wird. Insofern war es fast überraschend, als sie eine Überschreibung von Schubert's Winterreise publiziert hat, auch ein Theaterstück Winterreise, das aber doch von einer ungeheuren Klarheit im autobiografischen Sinne geprägt war. Aber nun zu Rheingold, zu diesem eigenartigen Stück, das wir hier vor uns haben, wie ist es dir bei der Lektüre ergangen? Wir haben das Stück ja beide nicht gesehen, sondern kennen jetzt nur den Text dazu. Ich würde mal den Spieß umdrehen, Wolfgang, weil das ist jetzt vielleicht ein bisschen witzlos, wenn ich das einfach nur so sage. Ich finde, du kennst mich doch eigentlich ziemlich gut. Du kannst mir doch mal sagen, wie du glaubst, es mir damit ergangen ist, wie ich mich so gefühlt habe mit diesem Text. Ich glaube, dass du nicht so glücklich mit dem Text durchgehend warst, weil du es doch sehr schätzt, wenn Dinge klar benannt werden, wenn Analysen in einer gewissen Kohärenz und einer gewissen Logik folgen und wenn sie nun nicht allzu sehr ins Assoziative abgleiten. Also da du ja auch dem poststrukturalistischen Theoretisieren nicht allzu aufgeschlossen bist, glaube ich, bist du diesem postmodernen Schreiben vielleicht auch nicht allzu zugewandt. Ja, das trifft das, glaube ich, ziemlich gut. Also schäumend, tobend, wütend habe ich auf dem Sofa gesessen und diesen Text gelesen. Wir werden da gleich nochmal in die Details gehen. Warum genau? Vielleicht muss man eines doch aber der Fairness halber voranstellen. Das ist kein Text, den man eigentlich lesen sollte. Also wir haben ja vor einigen Monaten Vs2 gelesen und da ist es genau umgekehrt, würde ich sagen. Das ist ein Text, der für die Bühne geschrieben ist, zwar offiziell, aber de facto ist es ein Text, der sich nicht auf der Bühne sinnvoll darstellen lässt. Den kann man eigentlich nur lesen und hier ist es genau umgekehrt. Das ist kein Text eigentlich, den man zu Hause lesen sollte, sondern den muss man gesprochen hören. Ich habe mir gestern Abend nochmal diese Doku angeschaut, die im vergangenen Jahr erschienen ist über Elfriede Jelinek, wo sehr viel vor allem oder fast nur eigentlich entweder Interviewaussagen von ihr vorkommen oder wo aber ihre Texte vorgelesen werden von verschiedenen Künstlern und Autoren. Und ich glaube, es ist generell einfach ein Werk, das man nicht lesen sollte, sondern dass man eigentlich gesprochen hören sollte, um überhaupt diesen, also vor allem von guten Lesern vorgelesen bekommen sollte, um überhaupt diesen Klang zu verstehen, um überhaupt zu verstehen, was so anziehend ist an dieser Sprache für die Menschen. Also ich glaube, das ist schon sehr elementar. Und das ist, glaube ich, ein Problem, weil man diesen Text jetzt erstmal vor sich hat. Das funktioniert so nicht. Also man kann den nicht gut lesen, man muss eigentlich in einem Theater sitzen und von zwei Leuten auf der Bühne angeschrien werden, damit dieser Text überhaupt irgendwie erträglich ist, glaube ich. Zum Beispiel, es wird viel geschrien in Jelinek-Inszenierungen, es wird aber auch sehr viel chorisch gesprochen. Bei Elfriede Jelinek, um das gleich mal zu sagen, geht es nicht so darum, dass man im Theater Figuren auftreten lässt. Beispielsweise in Emilia Galotti, da treten ja dann die entsprechenden Figuren auf und die sehen wir und dann können wir auch Charakterisierungen verfassen. Elfriede Jelinek erteilt diesem bürgerlichen Theater eine Absage. Sie sagt einmal, ich will dem Theater das Leben austreiben. Und das schafft sie, indem sie Textflächen produziert, die dann in irgendeiner Weise auf die Bühne gebracht werden. Das heißt, auch wenn wir es hier mit einem Stück zu tun haben, in dem es nur zwei Figuren gibt, nämlich Brünnhilde und Wotan, die in einen Dialog treten, heißt das nicht, dass in der Inszenierung das auch so umgesetzt werden kann, sondern es kann natürlich auch zehn Brünnhildes geben oder es kann eine Figur geben, die alles spricht. Was auch immer theatralisch möglich ist, kann man mit diesem Text machen. Ich würde mir erlauben, die erste Seite vorzulesen, damit alle mal einen Eindruck bekommen von dieser Sprache. Ich versuche also zu präzisieren. Das ist ein etwas delikates Gebiet. Es fällt mir schwer. Also, Papa hat sich diese Burg bauen lassen und jetzt kann er den Kredit nicht zurückzahlen. Eine Situation wie in jeder zweiten Familie. Die Leichen von Werkzeugen und Maschinen sind weggeräumt. Die Riesen haben die Schaufelbagger ihre Hände eingesetzt, was ihren ursprünglichen Träumereien sicher nicht entsprochen hat. Und was haben sie dafür gekriegt? Was war ihre Leistung? Was ihre Bezahlung? Das haben sie sich schon gedacht, dass dort andere Wanderer zugange sein werden. Herumgehen, schamlose Wanderer, äh Wandler des Rechts. Die Riesen werden ganz zuletzt kommen, wenn es ans Bezahlen geht. Beim Händeaufhalten werden sie die Ersten gewesen sein. Es wird ihnen nichts nützen. Was ein anderer gestohlen hat, warum sollen sie es zurückgeben? Was zur Entnahme frei vorhanden ist, die schöne Frau, warum sollen sie die nicht haben? Warum sollen nicht sie mit ihren Funden wuchern? Haben sie doch mehr davon als andere? Sie sind schwerer. Wuchern müssen sie gar nicht. Entweder die Frau oder die Frau als Warenform oder die Frau in Warenform. Die Gärtnerin. Nein, die Äpfel bleiben erst mal hier. Das ist doch erst mal alles klar nach dem Vortrag. Man merkt aber natürlich schon den zeitlichen Kontext, in dem das entsteht, diesen Monolog doch sehr an. Also du hast ja schon vorgetragen, hier wird am Anfang so dieser Witz gemacht von wegen, ja, der Papa, der hat sich da irgendwie so ein Eigenheim hinstellen lassen, womit natürlich seine Burg gemeint ist und jetzt kann er den Kredit nicht zurückzahlen. Es wird dann auf der nächsten Seite noch weiter ausgeführt. Da heißt es, das Eigenheim hat gelockt. Und was ist gekommen? Tausende von seltsamen Kreaturen, die alle Ansprüche stellen. Jeder, der Ansprüche stellt, wird gleichzeitig deren Knecht. Auch ein Gott wird Knecht. Und in dieser Kette hat schon der allererste gestohlen. Doch einem Dieb etwas zu stehlen, ist auch Diebstahl. Papa, und hast du zurückgegeben, warst du dem Dieb genommen? Du musst ja hunderte Schuldscheine unterschrieben haben, Papa. Weißt du überhaupt noch wenigstens ungefähr, wem du was schuldest und wie viel? Kennst du dich noch aus? So, also wir sehen ja schon die große Finanzkrise ab 2008, die ja ihren Ausgang nahm mit der Häuserkrise, was ja ein sehr delikates Unterfangen war dadurch, dass es technisch so wahnsinnig verkompliziert war. Also, dass man es geschafft hat, Häuser nicht einfach nur zu verkaufen an eigentlich bonitätsschwache Käufer, sondern dass man das wiederum in weitere Wertpapiere verschachtelt hat, immer weiter verschachtelt hat. Dass aber auch die Käufer der Häuser letztlich in der Lage waren, permanent ihre Kredite zu refinanzieren, immer dann, wenn es gerade einen günstigeren Zinssatz gab, also immer neue Schulden zu machen, je nachdem, wie gerade so die Lage auf dem Markt war. All das wird hier aufgeworfen, all das wird hier erst mal in den Raum gestellt. Und dann ist aber schon für mich doch die Frage, wenn das jetzt so assoziativ geschieht, wo die Parallelen sein sollen. Also, was ja eigentlich die einzige Parallele ist, ist irgendwie, da wird ein Haus beziehungsweise eine Burg gebaut und irgendwer bleibt dann drauf sitzen, irgendwer wird nicht ordentlich bezahlt. Und ich würde sagen, aber spätestens da endet ja auch einfach die Analogie. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das wäre jetzt eine Übertragung in dem Sinne, sondern es ist eine ganz lose Assoziation, die dann aber nicht weiter ausgeführt wird, weil sie auch eigentlich nicht weiter auszuführen geht, weil die Situation zwischen Votan, Fasat und Fafner ja doch eine sehr andere ist als die, die wir da damals auf den Finanzmärkten vorgefunden haben, wo es ja weder die Bauarbeiter noch die Bauunternehmer waren, die einfach sitzen geblieben sind auf diesen Krediten. Das ist eine sehr, sehr gute Frage und damit nähern wir uns, glaube ich, Jelinek noch mal deutlicher. Nämlich, sie schreibt nicht allegorisch. Das heißt, sie erzählt jetzt nicht die Häusermarktkrise in den USA mit den Mitteln der Wagner-Figuren oder mit Märchen, Versatzstücken oder was auch immer. Das würde man ja machen und dann hat das etwas Fabelhaftes und dann kann man das daran vielleicht noch mal besonders deutlich zeigen, kann etwas Zuspitzen auf den Punkt bringen. Bei Jelinek geht es um sehr, sehr freie Assoziationen. Das zieht sich durch die Stücke hindurch. Das heißt, sie schaut, was kann ich aus der Sprache herausschütteln? Was ist es, was die Sprache hergibt? Wie weit hängen Schulden zusammen? Wie weit gibt es Zusammenhänge zwischen ich möchte erlöst werden, ich habe einen Erlös erzielt? Was dann auch dazu führt, dass Elfriede Jelinek zum Karlauer neigt, dass sie also jedes Wort nimmt und das immer so sehr verdreht. Wir haben das eben schon gehört beim Wandler und Wanderer, dass sie das so sehr verschränkt, dass unklar wird, was ist eigentlich gemeint. Und das zieht sich durch ihre Stücke hindurch. Ein besonders krasses Beispiel ist beispielsweise Rechnitz Würgeengel, ein Stück, das sich auf ein Massaker von Nazis an Juden bezieht. Ein Massaker, das bis heute nicht ganz aufgeklärt ist. Man hat die Leichen in dem Sinne nie gefunden. Und Elfriede Jelinek fragt sich, was kann also sein? Möglicherweise sind die gegessen wurden und verbindet das mit dem Kannibalismus-Skandal, den wir vor ein paar Jahren hatten, dass es da einen Kannibalen gab. Und sie kombiniert den Chat dieses Kannibalen dann mit diesem historischen Diskurs. Was natürlich nicht in dem Sinne zusammenpasst. Man kann auch sagen, das ist so unstatthaft. Man kann aber auch sagen, es ist Literatur. Und hier finden wir doch etwas sehr ähnliches, dass sie verschiedene Phänomene aus unseren Diskursen, die die ganze Zeit so wabern, die ganze Zeit rauschen um uns herum, aufgreift. Und dass sie das mit anderen älteren Diskursen, zum Beispiel die der Oper oder auch Marx und all das kommt ja in diesem Text ganz explizit vor oder implizit vor, dass sie das verbindet. Und das soll zunächst einmal eine ästhetische Erfahrung sein. Wir haben es also hier nicht mit einem Theater zu tun, das in dem Sinne aufklären will. Das ist ja etwas, was im bürgerlichen Trauerspiel vorzufinden ist. Was aber auch bei Brecht, der sich ja vom bürgerlichen Trauerspiel los sagt, ganz deutlich auch aufzufinden ist, dass er uns erklären will, so funktioniert der Kapitalismus. Während wir jetzt hiernach nicht schlauer sind über die Heulserkrise, auch nicht mehr erfahren haben darüber, wie der Kapitalismus so eigentlich funktioniert. Es sei denn, wir wussten es schon vorher und können manches dann aus dem Text wieder herausklamösern. Ja, und ich glaube, das ist es, was mich einfach so dann langweilt. Also ich sage mal so. Oder wütend macht. Bitte? Ja, ja, also schon auf eine Weise, weil ich sage mal so, ja, es ist halt alles sehr assoziativ. Sie geht damit ja auch total spielerisch um. Also da heißt es dann zum Beispiel an einer Stelle im Text auch, ich habe nicht alles verstanden, weiß aber, dass etwas dabei wichtig ist. Also da wird quasi die eigene Haltung eigentlich beim Stücke schreiben so parodiert oder am Ende des Stückes, da sind dann die Quellen angegeben. Da heißt es etwas Sigmund Freud, weiß aber nicht mehr was. Also da wird auch einfach gesagt, ja, da habe ich irgendwo mal was gelesen, weiß gar nicht mehr was genau, weiß jetzt auch nicht wo, aber passt doch so ein bisschen. Ist aber auch Koketterie. Ja klar, Koketterie. Aber das ändert ja erst mal nichts dran, dass es substanziell da wenig zu holen gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man nimmt sich den Marx und man hat dann Autoren, dass er ganzes Leben der Entwicklung von Kategorien widmet, um sich die Welt zu erklären und dann sagt man, ich schmeiße das jetzt hier drauf. Der Gewinn davon ist ja gleich null. Also man kann natürlich sagen, es ist eine ästhetische Erfahrung, es ist irgendwie interessant, dass man da so ein Sprachgewitter bekommt, dass ab und zu mal Wörter so betont, so betont werden, sodass sich bestimmte Widersprüche, Witze, was auch immer ergeben. Aber lernen tut man da ja wirklich in sechs Stunden nichts. Also und das ist glaube ich das, was mich dann doch so nervt. Was ich auch ganz interessant fand, in dieser Doku gibt es zwei Aussagen von mir, die doch sehr diametral in Widerspruch stehen und ich weiß nicht, ob sich da nicht vielleicht einfach irgendwann ihr künstlerischer Impetus dann stark geändert hat. Es ist eine Aussage direkt am Anfang und ich glaube, das ist noch von ihr als eher junger Frau, wo sie sagt, dass sie eigentlich schon ein politisches Theater in dem Sinne machen möchte. Also dass das schon, also dass sie eigentlich sich langsam mal Bekenntnis ablegen muss, sagt sie, für wen sie da eigentlich Kunst macht. Ich persönlich habe es jetzt bei dem Stück auch nicht verstanden, für wen das ist, außer für Leute, die sich gern quälen lassen. Also auf der einen Seite, dass man sagt, ja man muss mal gucken, für wen man Kunst macht, aber irgendwie soll es schon politisch sein. Und auf der anderen Seite sagt sie dann, und das unterstreicht ja gut, was du gesagt hast, auf der anderen Seite sagt sie dann, dass sie eigentlich die Sprache nicht als Vehikel für irgendwas sehen will, sondern als ein ganz eigenständiges Ding und eigentlich auch als das hauptsächliche Ding. Das heißt, das ist nicht so, dass man sagt, man hat einen Inhalt, der wird über die Sprache übermittelt oder man sagt, man hat das beides gleichberechtigt, sondern eigentlich ist die Sprache das alles Entscheidende und der Rest steht hinten an. Und da würde ich dann halt sagen, ich weiß halt nicht, was dann der Mehrwert für einen sein soll, wenn man das irgendwie liest. Also ich finde es eher quälend und langweilig. Mag sein, dass es auf der Bühne irgendwie nochmal anders wirkt, aber das habe ich nun ja nicht erlebt und ich glaube, ich hätte es auch ungern sechs Stunden lang mir anhören wollen. Also diese Jelinek-Abende nicht alle, aber ich habe einige erlebt, zum Beispiel Kontrakte des Kaufmanns von Nikolaus Stehmann. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man das im Internet findet und auch einige andere Dinge. Das sind überwältigende Abende, wirklich großartig und man geht schon als ein anderer daraus und man hat nicht in dem Sinne etwas gelernt, wie ich habe zehn Seiten Marx gelesen und verstanden, sondern man hat in anderer Weise was gelernt. Also wie man ja auch nicht sagt, ich habe Beethovens Fünfte gehört und habe jetzt was gelernt. Also das funktioniert auf dem Theater sehr. Ich würde auch sagen, bei den Romanen, nicht bei allen, aber doch bei einigen, ist der Lesegenuss durchaus da, wenn er auch einer ist, der natürlich über einen Umweg kommen muss, über einen gewissen Intellekt oder auch über ein sich fallen lassen, dann in diesen Duktus der Sprache hinein. Und du hast es jetzt gerade angesprochen mit diesen zwei Zitaten. Es gibt eine Änderung in dem Werke Jelinex, also die frühen Stücke waren, ich würde sagen, bis in die 80er hinein, vielleicht bis Wolkenheim, tatsächlich schon auch noch eher von einem aufklärerischen Impetus geprägt und immer mehr ist es aber dann auch die Textfläche, die sich breit macht. Immer weniger treten Figuren in irgendeiner Weise auf. Immer weniger gibt es Figurenrede und immer mehr setzt sie eigentlich darauf, dass die Sprache selbst als Symphonie erklingt. Und das finde ich erst einmal sehr reizvoll. Wir können jetzt mal im Ganzen diskutieren, ob das hier gelungen ist. Aber ich würde mal einen Punkt machen, dass wir es hier ja nicht einfach nur mit einem reinen Assoziationstext zu tun haben, der so Chatschipi-T mäßig sagt, gut, spuck mal alles aus, was dir noch zum Thema Gold, Reihen, Schulden, Töchter, Helden, Siegfriede einfällt, sondern es ist ja schon ein Text, der eine gewisse Chronologie der deutschen Geschichte uns zeigt. Nämlich wir haben hier ein Stück, das von Wagner komponiert wurde, nach 1848, also nach 1848, Restauration und all das tritt ein. Wir haben eine Zeit dann des Ersten Weltkrieges, der Zwischenkriegszeit des Zweiten Weltkrieges, des Nationalsozialismus und haben dann eine Bundesrepublik, die sich frei von aller Schuld wähnt, plötzlich wieder. Und dann ein Wiederauftauchen der Geschichte durch die NSU-Morde, von denen man in der deutschen Gesellschaft erst gar nicht wissen wollte, was da los ist. Und dann hat man es erst mal anderen in die Schuhe geschoben, nämlich natürlich den sogenannten Nichtdeutschen. Und diese Sache, dass hier Wagner anfängt zu schreiben über kapitalistische Verhältnisse, dass er auch die Industrialisierung hörbar macht im Rheingold, wenn dann hinabgestiegen wird zu den Nibelungen. Und dass aber nicht sich eine Arbeiterbewegung formiert hat, denn Wagner schreibt gleichzeitig an seiner Oper, während Marx und Engels schreiben. Und die wollen die Revolution und Wagner will die Revolution in der Kunst. Es gibt aber schon diese doch sehr nationalistischen und sowieso antisemitischen Tendenzen bei Wagner. Und dass aber diese Revolution der Arbeiter ausbleibt, sondern die Revolution scheitert und stattdessen der Nationalsozialismus kommt und nun wieder nicht die Arbeiterrevolution nach Banken und Häuserkrise und all dem irgendwo aufdämmert, sondern dass jetzt die NSU-Morde plötzlich so präsent werden. Also dass also der Faschismus eher wiederkehrt, als dass es eine Revolution gibt. Das ist schon die Grundaussage dieses Stücks. Ja, und da würde ich auch sagen, das ist vielleicht überhaupt der einzige Punkt, den ich mal ganz gut fand, wo es so gegen Ende geht. Da ist es nämlich so, dass da doch nochmal dieser sehr spezifische deutsche Wirtschaftsnationalismus demonstriert wird. Also dass man da schon einen ganz eigenen deutschen Chauvinismus hat gegenüber den angeblichen Nichtdeutschen, der durchaus auch eine, ich sag mal, gewisse ökonomische Basis hat. Da ist es dann zum Beispiel so, dass sie beschreibt, die Selbstaufgabe von Beate Zschäpe. Also Beate Zschäpe hat sich ja, nachdem Uwe und Uwe unter recht dubiosen Umständen da im Wohnwagen umgekommen sind, hat die ja da die Wohnung in Brand gesetzt und sich dann bei der Polizei gemeldet. Und da wird dann auch... Wie Krimhild. Wie bitte? Ja. Wie Krimhild, das wird dann da in Verbindung gebracht. Und wie Jesus wird dann vor allem in Verbindung gebracht. Ja. Auf jeden Fall ist es dann so, dass hier beschrieben wird, sie ist die, die gesucht wird. Und sie wird auch gleich eingestellt. Ein Feuer um sie herum werden wir gar nicht brauchen. Die Natur kommt wieder in Ordnung. Ich verspreche es, bald wird das sein. Sie werden zwar das Waldvögelein nicht verstehen und nicht ein anderes Tier. Kein Tier, das ermordet werden wird und schreit und Angst hat und gegessen wird. Zumindest ein paar Stücke von ihm. Kein Tier werden sie verstehen, dass sie auch das Waldvögelein nicht verstehen. Macht auch nichts. Und die Deutschen werden zahlen müssen. Dieser Satz stimmt. Ich kann ihnen sagen, sie wollen nicht, aber sie müssen. Da ist nichts weiter dazu zu sagen, weil ich es bereits gesagt habe in diesem Satz. Das ist so einfach, um gesagt zu werden? Nein, für mich ist nicht so einfach. Darauf können sie sich verlassen. So, also hier wird quasi von dieser Selbstaufgabe, die am Anfang stattfindet, da heißt es ja, ich bin die, die sie suchen. Das sind so die Worte, die hier immer wieder wiederholt werden, mit denen sich Beate Zschäpe angeblich der Polizei gestellt hat. Und von dort wird dann ein assoziativer Bogen geschlagen zu diesen Diskursen der Euro-Krise, der Deutsche über Zahlen. Der Deutsche als Zahlmichel der Europäischen Union. Da gibt es später dann, also wenige Seiten später, dann auch noch mal den Ton. Da heißt es dann, nur wir arbeiten. Also diese Idee von wegen, ganz Südeuropa liegt in großer Arbeitslosigkeit auf der Haut und lässt sich von der EU da durchfüttern und von der EZB. Und nur wir Deutschen sind es die Arbeiten gehen, die irgendwas Produktives machen. Da würde ich sagen, ja, okay, das ist noch eine Assoziation, die ich wirklich für gelungen halte, dass man wirklich sagen kann, ja, es gibt einen ganz eigenen nationalistischen Chauvinismus, der eine sehr ökonomische Note hat, der sich dann auch in den Morden gegen Ausländer, gegen irgendwelche, die angeblich in der Hängematte liegen oder sonst was, der sich gegen all diese Menschen geltend macht. Was beim NSU natürlich noch besonders absurd ist, weil das ja auch viel Kleinunternehmer und so waren. Aber allzu viel Rationalität sollte man Nazis da vielleicht auch bei diesen Morden nicht unterstellen. Aber zumindest dieser Bezug, der da hergestellt wird, der ist doch erstmal nicht schlecht. Ansonsten würde ich sagen, immer dann, wenn es um Marx geht, finde ich es halt eigentlich eher schlimm. Also da heißt es zum Beispiel dann am Anfang die Riesen... Lass uns doch gleich zu Marx kommen. Ja, gut. Lass uns doch gleich zu Marx kommen, denn da erwarte ich Kritik und ich glaube, die ist auch berechtigt. Nur, was du jetzt gerade geschildert hast, ist ja ein Abwägen, inwieweit also die Sprache die Wirklichkeit formt. Das ist eine Debatte, die wir auch fortwährend aktuell führen. Und Fred Jelenink greift ja auf mit ihrer Literatur, dass wir eigentlich das originelle Sprechen kaum noch haben, sondern nur irgendwas haben, was schon da ist. Also das Zitat des Zitats des Zitats. Das ist etwas, was wir hier in der Sprache dann auch erleben, dass sie also gar nicht ein Stück für sich schreibt, frei schreibt von allen Einflüssen, sondern sagt, all das, was schon da ist, produziert eigentlich das Stück, beziehungsweise die Sprache gehört mir gar nicht. Und die Sprache kommt ja auch immer wieder abhanden. Sie ist irgendwo, ist nicht auffindbar. Das ist nicht nur das Thema ihrer Nobelpreisrede, sondern das sehen wir ja auch hier. Und dass diese Sprache so wirkmächtig ist, dass tatsächlich dann irgendwann alle Deutschen glauben, ja, wir zahlen, ja. Das kann man, glaube ich, literarisch noch einmal viel greifbarer machen, als es geht, wenn man da beispielsweise in der Diskursanalyse vornimmt und nachweist, dass das ein Sprachmuster ist, das sich in vielen Zeitungsartikeln gefunden hat. Also das kann man sicherlich auch so herausfiltern. Aber es kann auch eine Leistung der Literatur sein, dies nochmal so deutlich zu machen und damit aber auch zu zeigen, die Menschen haben gar keine eigene Sprache. Die quatschen so herum. Aber wenn man sich das mal wirklich als didaktisches Ziel setzt, vielleicht auch Leuten ihren eigenen Nationalismus vor Augen führen will, dann muss einem halt nur klar sein, das passiert ja nicht. Es geht ja kein normaler Mensch zu so einem Jelinek-Stück. Also da gehen halt Germanisten hin, da gehen halt, ja gut, aber es gibt ja schon Kunst, die auch wenn, auch wenn dieser Anspruch dann oftmals nicht erfüllt wird und die Kunst trotzdem ein Elitenthema de facto bleibt, ist es ja so, dass es immerhin mal Künstler gibt, die irgendwie versuchen, eine gewisse Zugänglichkeit zu schaffen. Und man könnte das, was du jetzt da formuliert hast, ja auch auf eine sehr gewitzte Weise anders ausdrücken und tatsächlich irgendwie da zugänglich machen. Also ich meine, ich mag jetzt nicht... Aber ich glaube, da möchte ich nicht das sehen. Das glaube ich nicht, dass das so sein muss. Ja, ich bin ja auch beim populären Film, Jelinek im Übrigen ja auch, ist ja großer Filmfan, aber ich finde, es kann nicht immer nur der Anspruch sein, schreiben wir jetzt Literatur, die alle erreicht, sondern es kann auch der Anspruch sein, dass man die Sprache selbst als Kunst begreift und dass zunächst einmal diese Kunst sich nicht darum scheren muss, wen sie eigentlich erreicht. Also sie sagt... Das ist dann okay, das ist dann halt wirklich eine Kunst um der Kunst willen, dann sollte man aber wirklich jegliche Illusion darüber ablegen, dass man irgendeine politische Relevanz hat. Das ist ja ein völlig fatalistisches Drama. Also Jelinek ist seit 20 Jahren mindestens, wenn nicht schon länger, also völlige Fatalistin. In einem Interview sagte sie mal, die Literatur als Kunstform, das wird für einen ganz kleinen Kreis vermutlich bleiben. Und dann sagte sie, der Rest der Welt gehört den braungebrannten Sportsgesichtern. Also sie hat wirklich gar keine Illusionen mehr, dass sie mit ihrer Literatur in dem Sinne wirksam ist. Sie ist eine einsame Ruferin, eine Kassandra, die ausgelacht wird. Und deshalb ist es also ein großes Wunder, dass sie diesen Nobelpreis da bekommen hat, mit dem sie am wenigsten gerechnet hat. Ich finde nur, dass wir diese Art, mit der Sprache zu arbeiten, auch durchaus als Erkenntnisgewinn sehen können. Also zum Beispiel macht sie ja, wenn wir ganz kurz bei diesem NSU bleiben, diese Assoziationen auf NSU, Brand, Krimheld, brennt auch das Haus Lichterloh nieder. Dann Siegfried ist eigentlich so ein Proto-Nazi von Wagner kreiert, so ja häufig auch die Interpretation. Und jetzt wird also das auch nochmal verquickt mit diesen Neonazi-Morden. Und dann sagt sie ja beispielsweise, eine lustige rosa Figur gezeichnet, animiert oder auch in Plüsch zu haben, fürs Kind in uns. So nett, so wird ein Werk vollendet. In Mord und einer lustigen Figur, die dafür einsteht, dass das ordentlich gemacht wird. Dass der Mord und der dort drüben auch anständig bis zum Ende vollzogen wird. Jetzt fragt man sich, welche Figur ist da eigentlich gemeint? Und dann erfährt man, naja, es geht um Paulchen Panther, also diese Figur, die wir aus der Serie kennen, der rosa-rote Panther. Und dann heißt es da, Aber ich verstehe nicht, was aus dem Panther geworden ist. Das verstehe ich nicht mehr, dass diese Menschen mit ihrer Pistole den Staat zum Einstürzen bringen wollen. Das verstehe ich nicht. Sie hätten sich auf uns, die Götter, verlassen können. Wir machen das schon. Wir wollen ja auch nichts anderes. Naja, vielleicht nicht alle von uns. Aber ich jedenfalls will, das alles zusammenbricht. Und immer wieder taucht dann der rosa-rote Panther auf. Dieser Panther, noch dazu ein rosa, so lustig, bringt auch Leute um. Das kennst du ja. Das kannst du ja. Das heilige Deutschland, das schon wieder so lange geschlafen hat, soll jetzt bitte Leute hervorbringen, die das jetzt sofort weitermachen, die was weiterbringen. Und dieser Paulchen Panther tauchte ja auf in den Videos, in diesem NSU-Bekenner-Video. Und dieser Paulchen Panther ist ja zugleich für linken Graswurzelaktivismus nicht unerheblich, weil ja in dem Text zum Rizom von Deleuze und Guattari aufgerufen wird dazu, seid wie Paulchen Panther. Ja, so nicht zu greifen, immer überall auftauchend. Und dieser Widerstand, der damals ein Linker war, findet sich jetzt bei den Rechten wieder. Das heißt also, der Diskurs und so Figuren sind gar nicht mehr festzumachen, sondern sie wandern überall durch. Wie auch Jelineks Sprache überall herumwandert und immer wieder irgendwas aufgreift und dann blitzt etwas auf und es verschwindet gleich wieder. Wie der Panther selbst. Und sie versteht das aber eigentlich gar nicht mehr. Und diese Überforderung vom Diskurs. Das mit dieser Sprache der Überforderung uns zu zeigen, finde ich es schon auch ein Erkenntnisgewinn. Also ich habe da jetzt keine Erkenntnis draus gezogen, die man irgendwie auf den Punkt bringen könnte. Aber gut, also auch aus dem, was du jetzt eben vorgelesen hast. Also das sind halt ganz viele Sachen mit erinnert an. Ist ein bisschen, wie kann man so und so denken für mich. Aber wir können uns ja mal dem Marx widmen. Aber die Sprache nochmal ganz kurz, aber wenn doch, also ich muss dazu sagen, das ist nicht mein Lieblingsstück von Jelinek und ich würde sagen, es ist ein schwächerer Text. Wir haben es natürlich ausgewählt, weil es mit Marx und all dem zu tun hat. Deswegen gehen wir auch gleich darauf ein. Aber dass man noch einmal einen anderen Zugang zur Sprache findet, außer zu sagen, Sprache muss in möglichst didaktischer Weise Erkenntnis vermitteln. Nein, das sage ich ja auch nicht. Es gibt ja auch durchaus Literatur, wo die Sprache nicht einfach nur dienend ist, sondern gleichberechtigt mit dem Inhalt. Hier ist sie halt eigentlich regelrecht selbstgenügsam. Und wenn man da irgendwas rausbekommt, dann sicherlich nicht, weil da irgendwas im Text drin ist, sondern weil man sich selbst aus der Nase zieht. Aber, aber ich würde jetzt sagen, das ist einfach eine sehr große Selbstgenügsamkeit und die ödert mich einfach an. Aber wir können ja mal jetzt... Ja, Polar ist schon was, schon was Tolles. Wir können jetzt mal reingehen an den Anfang oder relativ am Anfang. Da geht es dann zum Beispiel ja so ein bisschen um den Marx. Irgendwie freue ich mich ein bisschen, dass ich dir schlimme Tage bereitet habe. Es ist einfach dumm und langweilig. Die Welt beherrschen, aber nicht einmal einen ordentlichen Ring schmieden können. Da kannst du wirklich drauf stolz sein, Papa. Ein Ring, das geht doch ganz einfach. Du nimmst ein Stück Gold, machst ein Loch rein und fertig. Dann schmeißt du ihn ins Wasser, damit ein Mehrwert dazukommt ohne viel Aufwand und dann holst du ihn mit viel Aufwind wieder raus bzw. lässt irgendeinen Dummen das für dich erledigen und erledigst dann den. Nur damit du ihn wieder hergeben kannst, den Ring. Du kannst das alles doch einfach anordnen, was dir Nutzen bringt. Und aus. Wieso überhaupt bezahlen? Was kümmert dich, ob der Wert deines neuen Einfamilienhauses nun durch den Arbeitsprozess seiner Errichtung geschaffen wurde, durch seine schöne Lage auf dem Berg oder durch Zauberei. An die hat nicht einmal Marx gedacht und der hat an alles gedacht. Was ist da alles in dieses Haus eingeflossen, das ihr unbedingt haben wolltet, Fricker und du? Die produktive Arbeit von zwei depperten Riesenfluster hinein, wie der Reine, mit diesem riesigen Unterbau, den man im Fluss nicht sieht. Uraltes Zeug, zum Teil flüssig und so weiter und so fort. Da hat man jetzt einfach die ja sehr präzise bei Marx vorkommenden Begriffe, die jetzt hier völlig verwurstet werden. Und ich weiß dann auch nicht, mag ja sein, dass es auch einfach nur so eine große Shitshow gewissermaßen ist. Du hast ja schon gesagt, sie kokettiert ja einfach damit, dann auch zu sagen, ach ja, bis in Sigmund Freud weiß nicht mehr was. Nur der Intellektuelle gewinnt erst dann natürlich gleich null. Also sie nutzt jetzt jetzt einen Begriff der produktiven Arbeiter für Leute, die keine produktiven Arbeiter sind. Also das sind Leute, die verrichten ja keine Lohnarbeit. Das sind Leute, die sich selbst ausbeuten. Das sind Selbstständige, die im Gegensatz zu Lohnarbeit dann wirklich eigentlich voll entlohnt werden müssten. Und die Schweinerei hier ist jetzt ja, dass sie gar nicht entlohnt werden. Während die Schweinerei, wenn man so will, beim Lohnarbeiter ja gerade darin besteht, dass er entlohnt wird, aber nicht, aber halt nur in der Höhe seiner Reproduktionskosten, aber nicht in Höhe des Wertes, den er schafft. So, und da hat man dann später, das ist jetzt wirklich nur wenige Seiten später, da ist es dann so, da heißt es, indem also die Riesen einen Wert geschaffen haben, ihre Form von Hausbau, ihr Forum für Klagen und vermischte Forderungen in einem Buch, das keiner aufschlagen muss, weil es immer offen ist für alle. Eine der Fragen des Gottes, welches Buch muss man niemals aufschlagen? Steht alles drin? Ja, ihre Arbeit sowieso. Wird hinter ihrem Rücken lautlos, verstohlen, heimlich die wirkliche Arbeit gemacht, die eigentliche, die zählt. Und die heißt Aneignung, Diebstahl, Bruch von Verträgen. Und auch hier denke ich mir wieder so, ja, das soll jetzt wieder da irgendwie so ein bisschen mit dem Marx zu tun haben, dass man sagt, naja, den Lohnarbeitern, denen wird ja gewissermaßen was geklaut, weil die bekommen ja gar nicht den ganzen Wert. Und Marx legt ja nun wirklich auf das genaue Gegenteil Wert. Also Marx schreibt ja, der Geldbesitzer hat den Tageswert der Arbeitskraft gezahlt. Ihm gehört daher ihr Gebrauch während des Tages, die tagelange Arbeit. Der Umstand, dass die tägliche Erhaltung der Arbeitskraft nur einen halben Arbeitstag kostet, obgleich die Arbeitskraft einen ganzen Tag wirken, arbeiten kann, dass daher der Wert, den ihr Gebrauch während eines Tages schafft, doppelt so groß ist als ihr eigener Tageswert, ist ein besonderes Glück für den Käufer, aber durchaus kein Unrecht gegen den Verkäufer. Es ist eben kein Vertragsbruch, es ist kein Betrug, es ist auch kein Diebstahl, es ist gleicher Tausch, der da stattfindet. Und das jetzt anzuwenden auf diesen Fall dieser Riesen ist halt einfach so unsinnig, weil es nichts damit zu tun hat. Also dieser Lohnarbeiterbegriff lässt sich da nicht anwenden. Selbst wenn es Lohnarbeiter wären, wäre normaler Lohn immer noch kein Diebstahl. Das ist ja was völlig anderes. Hier würde der ganze Lohn einfach einbehalten, anstatt dass man sagt, es gibt einen Lohn, der ist noch nicht so hoch wie der Wert, der geschaffen wurde. Es ist alles halt so ein diffuses Durcheinander, das einen nirgends hinbringt und was eigentlich gar keine Zusammenhänge herstellen kann, außer hier wird gearbeitet, da wird gearbeitet, da geht es um Geld, da geht es um Geld. Ja, weiß nicht, da brauche ich jetzt die Jelinek auch nicht zu. Im Übrigen ist das nicht allein auf Jelineks Mist gewachsen, sondern George Bernard Shaw sah in Fasold und Fafner die Arbeiter personifiziert und das funktioniert aber auch nur so halb, wie du gerade ausgeführt hast. Und das führt uns aber doch zu einer grundsätzlicheren Frage, die ich mir natürlich auch bei der Lektüre gestellt habe, immer dann, wenn es um Marx und seine Begrifflichkeiten ging. Nämlich ist dieses posttraumatische Theater, denn das haben wir jetzt so noch gar nicht benannt, vielleicht eines, das ästhetisch viel hergeben kann, für manche auch wie für dich eher nicht, für manche wie für mich eher schon, aber dass doch eine gewisse Fatalität in dieser Form liegt, die gar nicht aufgelöst werden kann. Und das wird aber in dem Text vielleicht auch hin und wieder sogar mitverhandelt. Nämlich es ist ja so, dass Marx am Anfang des Kapitals schreibt, dass er die Kapitalisten hier nicht im rosigen Licht zeigt, aber ihm geht es um den Kapitalismus. Er hat nicht ein Buch geschrieben, das heißt die Kapitalisten. Das heißt, er will eigentlich nicht diese Personifizierung. Er will nicht sagen, Unternehmer XY ist böse zu seinen Arbeitern, sondern er sagt, das ist das System. Also stellt sich die Frage, wie soll ich eigentlich, wenn man auf diese Personifikation verzichtet, den Kapitalismus auf die Bühne bringen? Das kann ich, wie Brecht machen, sagen wir sehr allegorisch. Das kann ich aber auch dadurch machen, dass ich ganz auf Figuren verzichte und nur noch Textfläche produziere, um so eigentlich die Komplexität des Systems Kapitalismus, das voller Widersprüche ist und voller Verworrenheiten, um das irgendwie auf die Bühne zu bringen. Was aber dann dazu führt, dass man eigentlich permanente Konfusionen produziert, bei denen man sagt, ja, ist irgendwie alles vorgekommen, aber ich bin jetzt auch nicht schlauer geworden daraus, so wie du uns das ja gerade mit Marx offengelegt hast und wir konnten das jetzt an vielen weiteren marxischen Begriffen durchexerzieren, warum das alles nicht funktioniert. Ich glaube auch gar nicht an den marxischen Begriffen übrigens, sondern es ist ja so, dass sie dann auch diese Stellen hat, an denen geht es dann wirklich sehr spezifisch um die Finanzkrise. Und dann geht es darum, dass sich Wert und Geldproduktion eigentlich immer weiter oder Arbeit und Geldproduktion immer weiter voneinander entkoppeln. Das ist ja so das, was man auch immer wieder gehört hat von auch bürgerlichen Ökonomen. Wir haben so eine Verselbstständigung des Finanzsystems gegenüber der sogenannten Realwirtschaft und das löst sich immer mehr voneinander. Es ist ja auch ein interessanter Gedanke erst. Also das, was irgendwie bei Marx so als fiktives Kapital oder so aufkommt, inwiefern ist es eigentlich noch vermittelt zur gesellschaftlichen Reproduktion und all das? Da könnte man ja interessant drüber schreiben und sie wirft dann ja auch diese Themen durchaus auf. Da heißt es dann, eine Frau für die Riesen, hier bitte sehr, schon da, ein Geschlecht hätten wir schon, jetzt brauchen wir nur noch einen, der es schlachtet oder etwas, das wir hineinstecken können, wie der Arbeiter sein Leben in seiner Arbeit steckt, um dem Kapitalisten Mehrwert zu schaffen. So war es früher. So war es früher. Jetzt ist das alles weg. Jetzt gibt es das nicht mehr. Jetzt geht das nicht mehr. Der Arbeiter würde schon noch wollen, aber wer will noch ihn? Das Geld bleibt. Es arbeitet nicht mehr. Es wird nur einfach mehr. Das habe ich schon oft gesagt. Und dennoch ist es wahr. Es geht herum, geht in der Welt herum. Verträge gelten ihm nichts. Die liest es nicht mal. Das sorglose Geld. Ihm kann ja nichts passieren. Was soll ihm schon passieren? Es geht herum. Einmal hat es der, dann wieder ein anderer. Es wird mehr. Keiner weiß wie, keiner weiß warum. Es ist so viel davon da, aber dein Haus bezahlst du trotzdem nicht. Oder zu spät oder zu wenig. So ist es ja immer, Papa. Es wird immer zu wenig sein. Für einen Gott sowieso. Der ist unbezahlbar. Vor allem, wenn er Witze reißt und Häuser niederreißt, die schon halb eingestürzt sind. So ist es halt. Obwohl so viel Geld da ist, dass da einfach liegt und nichts tut. Nicht einmal Zinsen bringt. Nicht einmal den Eckzins für dein Zinshaus. Gehen die Leute einfach spazieren, als ob nichts wäre. So. Das würde ich sagen, ist jetzt auch nochmal eine vielleicht eher gelungene Passage, wo man irgendwie zumindest mal einen Hinweis darauf stiftet, ja, irgendwie haben wir hier eine Krise und die bringt was Komisches zum Vorschein, nämlich, dass sich scheinbar reale Produktion und Finanzmarkt voneinander entkoppelt haben. Nur würde ich doch sagen, ist doch dann gerade der Moment der Krise der, in dem man eigentlich merken müsste, dass genau dann dieser große Überbau an Finanztiteln, die sich immer weiter von der Realwirtschaft lösen, dass der doch in diesem Moment eigentlich wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Und was dann passiert, ist ja eigentlich eine Rettungsaktion, die irgendwie damit umgehen muss, dass man sich von der Realwirtschaft, von der Wertproduktion, von der tatsächlich stattfindenden Arbeit und den Werten, die sie schafft, immer weiter gelöst hat. Das ist ja eigentlich das, wo man sich dann auch mal etwas konkreter widmen könnte und das tut sie nicht. Aber da gibt es dann auch so Passagen, wo sie dann zum Beispiel sagt, ja, wir können ja nicht immer Geld draufschmeißen. Und dann sagt sie, ach doch, wir haben ja Freier als Geldscheißer. Also Freier, die die goldenen Äpfel hat, die wird hier so als Geldscheißer bezeichnet. Auch da würde ich sagen, da könnte man ja was draus machen. Da könnte man ja durchaus fragen, was ist denn die Rolle der EZB? Ist quasi zum Beispiel die EZB, die als freier Auftritt, die, wenn man so will, die goldenen Äpfel nochmal schafft, um ja alles zu revitalisieren. Das könnte man machen. Da könnte man sich diese Fragen stellen. Da könnte man auch auf interessante Ideen kommen. Zum Beispiel, dass das Geld heutzutage gar nicht mehr nur die Rolle des einfachen Tauschmittels hat, sondern bei diesen Staaten, die so eine Imperialmacht haben wie die USA oder auch wie jetzt die Europäische Union, dass es da wirklich Ausdruck der Macht dieser Währungszone eigentlich ist. Weshalb die, selbst wenn sie sich auf eine problematische Weise gelöst haben von der Wertproduktion, immer noch durch Gelddruckerei zumindest eine Zeit lang da über Wasser halten können. Es wären ja alles Sachen, die man machen könnte und die hier einfach nicht stattfinden, diese kurz aufgerissen werden und nie weiter verfolgt. Und das ist für mich dann einfach langweilig. Und sonst glaube ich halt dieses, ja, sonst das psychoanalytische, all diese Sachen, die interessieren mich jetzt persönlich nicht so sehr. Deshalb will ich da jetzt auch gar nicht viel zu sagen. Du hast jetzt gerade das fiktive Kapital angesprochen und da liegt es ja nahe, auf diese Diagnose mit der Fiktion zu reagieren. Also das ist das fiktive Kapital und die Fiktion, also das Fabulieren, das immer weitermachen, obwohl es eigentlich schon längst sich losgelöst hat, vom Gegenstand, dass das etwas ist, was Jelinek also mit ihrer Literatur imitiert. Also ich frage mich auf einer abstrakteren Ebene, ob diese Form nicht doch eigentlich sehr gut abbildet, was wir bei dieser Entkopplung von, wenn es sie denn gibt, von Finanzwirtschaft und Realwirtschaft oder wie immer man das dann nennen will, sagen wir, was sich da ergeben hat aus dieser Finanzialisierung des Kapitalismus, ob sie das nicht eigentlich sehr gut abbildet, auch wenn sie es nicht dann in allegorischer Weise noch einmal veranschaulicht, so wie du das jetzt eben gefordert hast. Und ja, das könnte man sicherlich machen. Man könnte das Rheingold nehmen oder den gesamten Ring nehmen und dann versuchen, ganz klare Assoziationen, Parallelen zu ziehen zu beispielsweise der Rolle der Zentralbanken, welche Form der Verschuldung es gibt und würde damit relativ weit kommen. Vielleicht gäbe es dann auch die einen oder anderen Stolpersteine, aber man würde relativ weit kommen, während das hier gar nicht das Prinzip ist, sondern zu zeigen, ich fiktionalisiere immer weiter. Also wo das Kapital so fiktiv geworden ist, enthemme ich die Sprache auch. Also der Sprachfluss könnte, wenn man so möchte, den Geldfluss widerspiegeln. Genau, aber das ist dann ja eigentlich, also läuft daraus hinaus, dass man am Ende dann sagen kann, ja, ist alles fiktiv und kompliziert und für die Einsicht brauche ich persönlich nicht 220 Seiten. Und deswegen nochmal zu dieser Frage nach dem postdramatischen Theater, also um das deutlich zu machen. Man spricht vom postdramatischen Theater deshalb, weil es auf das Drama verzichtet, beziehungsweise das Drama überwindet insofern, als keine Fabel mehr da ist. Man könnte jetzt in Bezug auf Film sagen, der Plot fehlt. Also bei Wagner haben wir einen Plot, da passiert das und das und der eine entdeckt, ach so, ich bin der Vater oder so. Das ist die Fabel. Oder bei Brecht haben wir auch, obwohl er weit vom bürgerlichen Theater weg geht, haben wir die Situation, dass er weiterhin mit der Fabel arbeitet. Dass wir also zum Beispiel dann in Der gute Mensch von Sezuan eine Lehre erteilt bekommen, den Figuren etwas klar wird etc. Hier dieses Theater will nicht mehr die Fabel in den Mittelpunkt stellen, verzichtet ganz auf sie, versucht sie zu überwinden und will also nur noch durch diese Textflächen etwas darstellen, was die Fabel nicht konnte. Also der Vorwurf ist eigentlich der Postdramatiker an die Dramatiker, sie hätten viel zu sehr vereinfacht. Die Welt ist viel komplexer und die Komplexität der Welt und der Diskurse können wir nicht mehr mit den Mitteln des Dramatischen, sondern nur noch mit den Mitteln des Postdramatischen auf die Bühne holen. Und deine These, und ich stimme dir wahrscheinlich zu, ich stimme ihr zu, ist, dass man sehr wohl, auch wenn wir ein hohes Maß an Komplexität vorfinden in Wirtschaftsprozessen, dass man sehr wohl noch dramatisch erzählen kann, was auch bedeutet, man kann sehr wohl noch analysieren, was der Fall ist und kann sich nicht einfach darauf ausruhen zu sagen, es ist alles so entsetzlich komplex geworden. Denn das ist ja etwas, was wir bei einigen Zeitgeisttheoretikern immer wieder vorfinden, wir wollen sie jetzt mit Namen nicht nennen, die eigentlich seit 20 Jahren durch Talkshows und Zeitungsfeuilletons tingeln und nur den einen Satz anzubieten haben, die Welt ist komplex, die Gesellschaft ist komplexer, als sie denken. Und das ist ja doch auch eine sehr, sagen wir, simple Aussage. Ich bin mir nicht sicher, ob per se diese Art des Theaters es nicht ermöglichen würde. Also mag sein, dass diese Art des Theaters sich aus diesem Geist gespeist hat, den du jetzt gesagt hast, ich würde sagen, man könnte ja auch ein, wenn man so will, nicht dramatisches Theater machen, in dem durchaus präziser gesprochen wird. Ich meine, die Jelinek macht sich da ja auch selbst irgendwie drüber lustig, wenn es an einer Stelle heißt. Die Schwierigkeit beim Denken ist, es sich leichter zu machen und dabei präziser zu bleiben. Genau, auf den Punkt zu kommen. Das steht da wirklich wortwörtlich so im Reingold von ihr drin. Und ich würde auch sagen, das geht. Also wir haben eigentlich seit einigen Jahrzehnten immer diesen Diskurs von wegen, wir können die Welt gar nicht verstehen. Und das lieben ja auch Wissenschaftler so sehr, auch Soziologen beispielsweise, dass sie eigentlich ihren eigenen Gegenstand für völlig unverständlich erklären und eigentlich permanent sich nur noch fragen, ja, wie könnte man die denn verstehen? Was wären denn die Erkenntnismethoden, mit denen wir arbeiten könnten? Anstatt, dass man einfach mal sagt, nee, wir kümmern uns jetzt nicht die ganze Zeit um irgendwelche erkenntnistheoretischen Fragen, wir behaupten nicht die ganze Zeit, wir können an der Welt nichts verstehen, sondern probieren wir es doch einfach mal, was zu verstehen. Denn so unvollkommen das auch sein mag, was damit unter rumkommt, es ist doch immer noch oftmals besser als nichts oder oftmals sogar eine ziemliche Menge. Also ich glaube, man kann doch sehr viel in Wahrheit über die Welt verstehen und ableiten. Und ich glaube, es lässt sich davon auch viel dramatisch darstellen. Wir haben doch auch schon über so viel Literatur hier gesprochen, dass der Gegenbeweis ja dann wirklich in diesem Format schon erbracht wäre, dass man, wenn man halt die, wie soll ich sagen, die Demut hat, sich zu beschränken, zum Beispiel bei Sula vielleicht, auf den Klassenkampf oder bei Recht auf das Thema der Moral und des guten Menschen in einer unmenschlichen Ordnung, dass wenn man so bestimmte Themen einfach ausnimmt, dass man dann sehr viel eigentlich darstellen kann innerhalb weniger Stunden Theater und dabei auch nicht quälend langweilig sein kann. Also das, glaube ich, sehen wir dann schon, das ist möglich und das ist auch auf eine zugängliche Art und Weise möglich, die auch Spaß macht. Führt also der vom Stück diagnostizierte Fatalismus gar nicht notwendig, rührt dieser nicht daher, dass wir es eigentlich mit einer Literatur zu tun haben, die fatalistisch ist. Also du hast es jetzt gerade an diesen Beispielen gezeigt, dass man sehr wohl etwas sagen kann und sehr wohl auch skizzieren könnte, wie eine Revolution denn aussehen müsste, indem man aber sich darauf bezieht, dass alles so komplex geworden ist. Man auch damit eigentlich sagt, eine Revolution ist eh unmöglich geworden. Wir können jetzt nur noch die Diskurse reproduzieren, sie dechiffrieren ein bisschen und gleich wieder parodieren, was auch immer man damit dann machen möchte. Aber es ist nicht mehr möglich, eine klare Aussage und vielleicht sogar eine Handlungsanweisung mitzugeben. Dem würden wir also widersprechen. Absolut. Also ich glaube, dass sowohl in der Wissenschaft ganz klar gelten muss, dass es sehr wohl möglich ist, Wahrheit zu finden. Also dass diese Angst vor der Wahrheit, da gab es ja vor ein paar Jahren das Buch mit diesem schönen Titel Angst vor der Wahrheit, dass diese Angst vor der Wahrheit unbegründet ist und dass man durchaus sich die Welt erschließen kann. Vielleicht nie perfekt, aber doch eigentlich, wenn man es redlich betreibt, dann doch schon ganz gut. Und ich meine, man merkt ja den wissenschaftlichen Fortschritten auch an, wie viel sie doch letztlich der Menschheit, würde ich sagen, als optimistischer Mensch doch, oder zu teilen optimistischer Mensch doch gedient haben. Und ich glaube, das geht durchaus auch in der Kunst, dass man eine halbwegs objektive Erkenntnis finden kann und auch auf die Bühne bringen kann, auf eine durchaus angenehme Art und Weise. Und dann bleibt halt für mich hier sehr wenig übrig. Also ja, da bleibt eine Sprachgewalt übrig. Und von der habe ich ja schon am Anfang gesagt, diese Sprachgewalt, die ist halt nicht zum Lesen. Zumindest in diesem Fall nicht. Mag ja bei den Romanen nochmal anders sein. Aber ich würde sagen, das ist eine Sprachgewalt, von der muss man auf der Bühne erschlagen werden. Das ist dann aber auch eine sehr selbstgenügsame Kunst. Und übrigens, um vielleicht eins noch klarzustellen, ich wollte nicht unbedingt sagen, man solle jetzt eine kapitalismuskritische Ringinterpretation bieten. Also ob das unbedingt gelingt, dass man quasi versucht, diese ganzen Kategorien, die wir da bei Marx finden, auf diese Welt zu beziehen, das würde ich sehr skeptisch betrachten. Das müssen wir nochmal eigens übersprechen. Das betrachten wir gerne eigens nochmal. Ich will noch einmal versuchen, dich zu überreden, dass man das auch lesen kann. Man kann es sich ja laut vorlesen. Und dann hört sich das so an. Die Macht geht von Taten aus, nicht von Worten. Genug Worte, schon viel zu viele Worte. Dankeschön. Ich wusste doch, Sie würden begeistert sein. Sie sagen es mir dauernd. Viel zu viele Worte. Weg damit. Der Augenleuchtendes Paar, das oft dich lächelnd gekost. Wenn Kampfeslust ein Kuss dir lohnte. Kind, wenn Hoffnungssehnen das Herz mir senkte aus wildwebenden Wangen. Dem glücklichen Manne Glänzer, sein Stern. Dem unseligen, ewigen, mir muss es schreiend sich schließen. Das Feuer, das Feuer, das gar keines ist. Ich nenne es nur so. Und so kehr ich, ein Gott, mich von dir ab. Und gehe, ein Gespenst, gehe um in Europa. Oder wo ich halt bin. Ich weiß es nicht. Ich gehe. Ich kann ja überall hingehen. Es gibt keine Grenzen. Gehe ich halt. Zerschlage die Maschinen. Wer braucht sie noch? Und gehe. Strecke alles in Brand und gehe. Ich finde, dass man es auch sehr gut sich selbst vorlesen kann. Und dass das auch ein Genuss ist. Vielleicht muss man sich nur stärker davon lösen, auf Sinnsuche im klassischen Sinne des Wortes zu gehen. Also das wird sicherlich schwierig oder gerät dann schnell an die Grenzen, die du uns jetzt an dem Beispiel mit Marx aufgezeigt hast. Aber die Sprache so zum Klingen zu bringen und dass einem beim Lesen auch die eigene Sprache und das eigene Sprechen fremd wird, ist nach wie vor etwas, was ich bei Jelinek sehr schätze. Rheingold ist sicherlich nicht ihr stärkstes Werk. Wer jetzt einsteigen will in den Jelinek-Kosmos, dem sei empfohlen, die Klavierspielerin zu lesen. Es ist ein wirklich herausragend guter Roman und vielleicht noch als weiterer Tipp, der die Sprache sehr, sehr durchrüttelt, ist der Roman Lust zu nennen. Ein antipornografischer Porno, den ich auch sehr empfehlen kann, denn Friedi Jelinek ist nicht nur eine linke Autorin, sondern das gehört eigentlich ja dazu. Dann auch, sie ist eine radikal-feministische Autorin, die einen Blick auf die Sexualität hat, der, sagen wir, gewöhnungsbedürftig ist, aber einen literarischen, mit Marx gesprochen, Mehrwert produziert. Insofern, Lust und die Klavierspielerin kann ich sehr jedem ans Herz legen. Zu Lust gibt es dann wahrscheinlich auch online noch das entsprechende literarische Quartett zu finden. Zumindest gestern in der Doku, die ich da noch mehr angeschaut hatte, ist es tatsächlich so gewesen, dass da noch die wunderbaren Diskussionen aus dem literarischen Quartett aufgekommen sind, die durchaus auch einen gewissen Mehrwert geboten haben. Und ich habe auch tatsächlich bei diesen Passagen den Eindruck gehabt, dass mich die Lektüre wahrscheinlich mehr interessiert hätte als jetzt das Rheingold. Ansonsten würde ich sagen, du hast mich jetzt ein bisschen provozieren wollen hier in dieser Ausgabe, von daher sage ich doch noch eine kleine Provokation am Ende zurück. Die Jelinek hat ja gesagt, hat er ihr Sportstück gemacht und wollte einem das so ein bisschen vermiesen. Ich bin heute Abend schön in der Red Bull Arena bei Leipzig gegen Stuttgart. Und ich glaube, immer wenn ich die Wahl hätte zwischen einem schönen Fußballspiel und so einer Jelinek-Lektüre, füsste ich ganz genau, für was ich mich entscheide. Also, womit du ja, Herr Friedi, ja die nächste Diagnose nur bestätigst. Ja, nur das sonngebräunte Gesicht fehlt mir leider noch, aber vielleicht kommen wir da auch noch hin, wer weiß. Ich würde jetzt vielleicht noch den letzten Hinweis geben, was wir als nächstes lesen. Ja, es liegt denn nahe. Ja, es liegt jetzt natürlich nahe, dass wir in den Ring gehen, denn das ist ja durchaus auch Literatur auf hohem Niveau. Also, die Wagner-Textbücher, die sind ja auf hohem Niveau. Er hat sie ja selbst geschrieben. Also, zu seinem Gesamtkunstwerk gehört er ja auch dazu, dass er sich beispielsweise im Vergleich zu vielen italienischen Komponisten, dass er gesagt hat, ich schreibe meine, die brettiere eigentlich nur selbst, da darf niemand anders ran. Und deshalb widmen wir uns in der nächsten Ausgabe dem Ring. Es gibt bei Reklam die Gesamtausgabe, also wo alle vier Textbücher enthalten sind. Und wir werden uns dann da mal dran abarbeiten und gucken, ist da was zu finden, etwas wirklich Kapitalismus-Kritisches oder ist das eine ganz andere Art der Ökonomie, die wir dort finden können. Das werden wir dann beim nächsten Mal herausfinden. Wer jetzt den Ring noch nie gesehen hat, keine Sorge, man kann die Texte auch sehr gut so lesen, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber man kann sich natürlich auch den Ring noch ansehen, auch wenn er jetzt gerade nicht irgendwo gezeigt werden sollte, dann ist es, irgendwo wird er immer gezeigt, aber wenn es gerade nicht vor der Tür ist, dann lohnt sich die Inszenierung von Patrice Chirot sich anzusehen. Die ist auf DVD erhältlich. Die ist auch auf YouTube übrigens derzeit erhältlich. Ich weiß natürlich nicht, ob dann irgendwann wieder die Copyright-Geier zuschlagen. Und es gibt noch die DVD von einer Harry-Kupfer-Inszenierung, auch die kann ich sehr empfehlen. Zumindest ist es, glaube ich, hilfreich, mal das eine oder andere reinzuhören. Niemand muss sich jetzt gleich 14 oder 16 Stunden hinsetzen und sich das Ganze reinziehen. Es ist zu empfehlen, es ist toll, aber wir werden es natürlich dann so machen, dass alle mitkommen. Wir werden versuchen, diese Handlungen klar zu umreißen und versuchen, dann an einzelnen Stellen herauszuarbeiten, was Wagner uns über die Ökonomie und die Herrschaft der Verträge erzählt. Ja, das wird dann hoffentlich auch ein bisschen weniger diffus als sollte. Ansonsten natürlich noch abschließend, wie immer der Hinweis, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Das macht Arbeit, so einen Jelinek-Text zu lesen, aber auch sonst bedeutet der Podcast eine Menge Arbeit. Von daher sind wir sehr dankbar, wenn ihr uns auf den bekannten Wegen unterstützt. Patreon, Paypal, Steady, Banküberweisung, findet sich alles, wie immer in der Beschreibung. Vielen Dank. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Herzlichen Dank!